Hallo und herzlich willkommen Leute bei eurem Hellracer und heute seht ihr mal ein Ghost Gameplay ganz neu und wir zocken eine Runde Herrschaft was geht ab ja und da sind wir mal gespannt was jetzt hier so abgeht Call of Duty Ghosts ja klar Ghosts habe ich mir gestern geholt und ja da habe ich mir gedacht ich mach mal gleich eine Aufnahme und dann zock ich da mal rein ich trinke auch gerade ein Mixer ein bisschen Prost Leute ja das ist gut hilft mir vielleicht ein bisschen besser zu zielen schauen wir mal ne alter oh ja was geht ab Alter jawohl schnell weiter so so du kriegst mich nicht sag mal kann man die Leute ah stumm schalten alle laut alle stumm schalten ok zurück schnell ei du bist doch irre bist du doch ach na komm so was geht ab Leute äh so ein blöder Wichser ey ja wir gewinnen diesen Kampf echt oh das ist doch ein blöder Wichser weißt du ne das gibt's doch nicht oh wir verlieren schweig wir haben schweig verloren voll erwischt leute was geht ab ich weiß aber jetzt könnte ich könnte die empfindlichkeit noch ein bisschen höher stellen dann wäre das eigentlich ok was ist denn wieder so einer ey was das ist doch nicht wahr ey dieses blöde Mistding da das war doch gar nicht so schlecht also dann sage ich noch mal Prost Leute guckt euch meinen Abschuss an haha kaum besitze ich dieses Spiel reiße ich schon alles raus und ein 5-4 in der ersten Runde also ne ne weil es fällt einem dazu ein nichts ja ein Objekt frei geschaltet schließen Soldateneditor Ausrüstung 1 anpassen an der battery ist ok aber Tarnung brauchst nicht unbedingt ne achso ich kann hier noch gar nichts machen oder was was gibt es denn hier Soldat ach ich glaube ich warte mal ne ich glaube ich bleibe erstmal so dabei ne dann gucken wir was geht so Level 2 4 gegen 4 das kann ja nur gut werden ach ich brauche noch einen Schluck ne mhm ach scheiße ich wollte doch die Empfindlichkeit höher drehen fuck naja bis jetzt geht es ja noch ne und was ich verstehe wo der gerannt ist ne warum hat er sich nicht geduckt ha dat is komisch naja Herrschaft auf Freikt Freikt hm hm so leute aufmach jetzt und nochmal kurz synchronisieren 14 13 12 11 jawohl hannnebetschow dumm stopp ne vielleicht kriege ich ja diesmal nen satkom hääääääääää Ah, so rutscht der. Okay. Ah ja, hier. Ja, natuurlijk. Die treks hoeren bok. Hier denkt eigentlich keiner, dass hier jemand liegt, oder? Leute, ich camp mal kurz hier, bis ich einen erledigt habe, irgendwie, ne? Ja? Oder nein? Wo war der denn? Ja klar, und ich renne dann natürlich kurz raus, ja. Bravo wird gesichert. Ja. So. Das hätte wohl jetzt nicht erwartet, wa? Nein, warum? Oh, wie bescheuert, ey. Ja, jetzt fängt es natürlich wieder an, ne? Der ist da lang, also gehe ich mal hinten rum, ne? Was? Der Typ, der steht da hinten in der Ecke? Ja, ua. So, naja. Hä? Ja. 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 uiuiui leute leute wie hatten der mich so schnell gesehen ja na komm schon einer na komm was jetzt kommt einer rein ne das gibt's doch net soo so macht man dat so nicht ei 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 caramba warum soo hä ich hab gedacht es war einer von unten das ist doch also nein ja klar was haben die denn für waffen wir verlieren ja das ist schon mal keine gute runde da liegt einer auf dem boden der wichser das gibt's doch net da liegt ein wichser auf dem boden und immer noch liegt er auf dem boden soo jetzt renne ich mal da durch ich was gibt es hier wir haben charlie verloren wir haben charlie verloren der feind hat sie A gesichert der feindlicher kremmschlag die haaa ein kremmschlag Ich bin auch tot. Warum bin ich tot? Das geht nicht. So. Nein. Ah, das war wieder nichts. Was? Irgendwie sehe ich gar nichts mehr. Warum nicht? Steht der Penner da oben, ey? Mit Zielsucher und Kram. Was soll denn das, ey? Was für ein Schlag? Ja, so hat er es gemacht, ey. Was soll denn die Kacke? Zeitliches Abkommen gesichtet. Wir verlieren den Kacke. Wir verlieren den Kacke. Nein. Die sind aber auch jetzt zu zehnt unterwegs oder so, gell? Und der Wichser steht immer noch da oben. Warte, Kumpel. Komm her. Achtung, feindliche Vorreiter. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Ich bin hier gerade reingekommen und dann ballern die mich gleich wieder ab, ey. Die sind aber auch jetzt zu zehnt. Das war dann auch jetzt zu zehnt. Und dann kann er das auch jetzt zu zehnt. Und dann kann er das auch jetzt zu zehnt. nein warum und fufs ist 37 was ist das für scheiße prost übrigens ne ja das ja da fällt dir nichts mehr ein schließen ja leute ich verlassen lobby hardcore klar also ich hardcore spiele das geht nicht nochmals auf der freie es gibt aber nicht ich habe noch nicht mal ein satcom gekriegt leute ich habe noch nicht mal ein satcom da frage ich mich ja wie soll das noch weiter gehen die erste runde die war so cool da habe ich sie irgendwie gepackt aber jetzt ich weiß nicht naja und bison was die sind zu wagen muss gucken nehmt die ziele ein der feind hat zählt b gesichert was bison wir verlieren bison 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 na ne die hat irgendwie nix gebracht die granate jawohl leute nein das gibt es doch nicht warum zerstört ihr mein verficktes satcom der penner hinter mir ah der penner war hinter mir nein was bin ich denn 2 zu 3 was das ja die ak12 naja muss gleich noch ein bisschen an meiner klasse feilen würde ich sagen und dann ja leute ich würde sagen dann sieht man sich wieder wenn ich meine klasse jetzt noch mal verbessert habe ich hoffe euch hat der part gefallen mit mir so ein bisschen zu leiden ja also ich hoffe man sieht sich in der nächsten runde wieder also bis dann und ciao